Hallihallo, Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir zocken heute an Drop Ship Down, ein kleines Actionspiel aus dem Hause Fast Forward Games. Ja, es ist wieder so ein kleines Spielchen, was man online zocken kann im Multiplayer. Und ja, würde ich sagen, machen wir mal einfach Play. Wir können hier im Desert Canyon oder Forest Moon. Hm, keine Ahnung. Ist Early Access, das ganze Spiel. Und ja, mal schauen, was es da erwartet. Drop Ship Down. Ja, gucken wir erstmal auf Desert Canyon. Hier kann ich noch Leute einladen, aber ja. Are you ready? Yes, sir! Okay, mal schauen, was das für ein Spiel ist. Keine Ahnung. Okay. Prepare for Combat. Hm, ja. Also ich denke mal, wir sind der. Ja, klar. Laufen. Laufen, laufen, laufen. Hallo. Gibt es hier irgendetwas Schönes? Ah, Monster. Oh, viele Monster. Die lassen mich fallen. Äh, hallo? Ähm. Warum kommt so viel? Äh, warum kann ich nicht mehr schießen? Ah, alles klar. Also der rote Streifen oben scheint mein Gewehr zu sein. Wenn das heiß läuft, dann kann ich nicht mehr schießen. Wenn das voll ist, der rote Streifen. Der gelbe ist, denke ich, schon weniger. Ich habe keine Ahnung. Oh, was? Select Perk. Increased Crane. Double Health. Double Health, natürlich. Ach, Waves. Ach, das ist hier bloß... Ach so, ich dachte, wir müssen weiterlaufen. Okay, also wir müssen immer Waves. Also Wellen bekämpfen. Hier ist unser abgestürztes Raumschiff. Und ja, da haben wir... Ich sehe auch gerade links unten, rechts unten in der Map. Rote Pünktchen, das heißt, da kommen die Gegner her, die bösen, bösen, bösen Gegner. Was haben wir denn jetzt hier auch auf der 1? Was passiert da? Oh, füch. Ähm. Hey, cool. Ich habe die 1 gedrückt. Ich habe die 1 gedrückt. HA-E-Granate. Oh, 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 oh. Hört mal nicht frech, mein Freund. Hallo? Shield-Generator. Okay. Kann ich nicht zweimal einsammeln? Lass mich jetzt hier stehen und tun mal den Schild-Generator mal einsetzen. Die Welle, ja, Wellenspiele. Toll. Puck. So, jetzt. Hä? Aha. Hä? Hä-hä-hä-hä-hä-hä. Nene-ne-ne-ne-ne. Äh, was ist das? Nene-ne-ne-ne. Ne. Oh, du scheiße. Ich mach nochmal Ich kill euch alle Warte, warte, warte Meine Waffe, gut Hi Granate, hi Granate Eins und Puff Hierher Da ist doch wieder irgendwas Alter, meine Energie sieht gar nicht gut aus Eins und Puff Oh yeah Ja, okay, hard to kill, stronger shield Shield we're gonna have Ja, das ist gut Zack HE Granate Emerging Was ist das, was ist das, was ist das, das ist ja ekelhaft Oh, falsch gedrückt Nein Nein Darf ich mich selber gesprengt oder was Äh, okay, das kann man dann auch im Korb zocken Ja, super Minus Ja Aha Ja Super Okay, Moment, wir machen nochmal Finest Forest Moon Ich kann jetzt hier, ich glaube, das hat niemand Das Spiel Ja, ich bin bereit Hm Ja, wie gesagt, Early Access, da kommt bestimmt noch einiges dazu Nochmal ein paar Maps oder so Ich hoffe es zumindest Äh, ich habe keine Ahnung Oh, ein viel schöneres Raumschiff Prepare to Combat Supply Station inaktiv Aha Ah, die Map ist jetzt schon etwas beschissener Und hier, noch ein Vieh, noch ein Vieh Aber die Viecher können aus dem Wald kommen oder kommen die den Weg lang. So sieht's dran, da ist ganz drauf geachtet, so. Ich komme einfach aus dem Wald, die Schweine. Ich, meine Waffe, meine Waffe ist im Arsch. Oh yeah, ich bin der Ballermann. Und kann ballern, Mann. Äh, stronger shield, raised, grills can, double heals. Ja, das ist super. Oh, kann man hier? Pong, Sheet Generator. Aha. Mhm, okay. Achso, damit kann ich... Ah, ich kann also mit dieser, mit der 1, im Ernst schon gekühlen, kann ich meine Waffe schnell wieder, äh, schussbereit machen. Boah, boah. Alles eng, 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 eng. Boah, ich mache mal ein Stück Generator an. Ihr Schweine, ihr Schweine, mir gefällt es schon viel besser, wenn ihr sterben tut. Ah, da kommen sie alle angerannt. Ah, ein Stimpack, ein Stimpack, mach ich mal. So. Oh, ich habe ein Stimpack gemacht. Achso, muss mal mit der Mois draufklicken. Machine Gun Turret. Okay, das ist cool. Das ist cool. Machine Gun Turret ist cool. Was ist denn das? B, B drücken. Mhm. Oho. Oho. Oh. Ey. Ich habe zu lange überlegt. Mal da eins drücken. Pop. Tupi. Oho. Saugeil. Oho. Oh yeah. Oho. Mhm. Jetzt geht es euch an den Latz, meine lieben Freunde. Aber meine... Mach das Ding nicht kaputt. Mach das Ding nicht kaputt. Ich kann auch noch einen Schildgenerator machen, was er auch paft. Zack, jetzt kommen sie nicht zu mir und dann wird plötzlich abgeschlossen. Yeah. Saugeil, oder? Saugeil. Was haben wir noch? Hier noch. Du, 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 du. Wenn das Schild ausgeht, drücken wir gleich wieder eins. So. Oh, wieder ein Schildgenerator. Das ist ja... Stronger shield. Increased credit gain. Regeneration. Heals. Overtretend. Wir machen mal. So, okay. Nochmal B. Jetzt hätte ich hier eine Plasma-Pistole. Ich mache mal das. Okay, das war dieselbe. Äh. Hallo? Leute? Da. Ja, wie nett. Wie nett. Und unübersichtlich. Diese Scheiße hier ist. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Scheiße. Ihr seid so nett zu mir. Seid mal nicht so frech. Oh, oh. Oh, Alter. Oh. Und zwar jetzt. Ich hab zwei. Ey, ihr habt doch eine Mathe, oder? Ja, ich hab's schnell zur Station. Äh. B. Oh. Jetzt sieht's doch gut aus. Equipped, equipped. Ach, ich kann... Wie kann ich denn die Wechsel... We-we-wefsel die Waffen? Ähm. Okay. Motherfucker. Woah. 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 Ich komm, wir holen. Ich komm, wir holen. Alter. Bam. Jetzt bin ich im Geschäft, baby. Woah. Meine Waffe. Ich kann aber nicht rennen, das ist doof. Ich würde jetzt gerne mal losspeigen, um abzuhauen, aber... Oh. Okay. 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 Let's... Ah, 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 ah. Bam. Bam. Okay, das funktioniert schon ganz gut. Was ist das denn? Alter! Was bist du denn? Guck mal raus aus dem Gefilde da. Komm. Hard to kill. Okay, bam. Ähm. Jetzt haben wir die ganzen Waffen. Und ich weiß nicht, wie man die anwählen kann, verdammt. Ja, gehen wir da weg jetzt. Äh, nein. Scheiße, wie wechselt man jetzt die Waffen? Ähm. Mit Q? Ah, jetzt. Ah. Mit E. Boah. Alter. Hör ab. Was ist denn? Boah. Was ist denn? Huh. Äh, mit E. Ja, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Boah. Okay, ich würde das Ganze jetzt noch mal ganz kurz... Äh, Rang 286. Mhm. Ich würde das Ganze jetzt noch mal ganz kurz auf dem freien Feld probieren. Jetzt habe ich das Spiel so langsam gerafft. Mal einmal machen. Einmal machen wir noch. Ja, Sir. Einmal machen wir noch. Habe ich gerafft, wie es funktioniert, Mensch. Und... Ready and Players. Ja. Hm, ja. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Maps dazu. Rums, dumm, sie, 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 dumm, sie. Das könnte ganz lustig sein, so für nebenbei. Ist das schon lustig. Ein bisschen. Aber das ist echt nur für neben nebenbei. Also, richtig jetzt Stunden zocken kann man das auch nicht. Aber, als Geigelei nebenbei. Mit dem Kumpel mal zocken oder so. Was ist denn der Stimpack eigentlich da? Stimpack ist doch eigentlich für Energie da, oder? Next Wave in Hardkill. Alter. Kommt schon. B. Oh, ich kann doch nichts kaufen. Verdammt. Ich habe noch kein Geld, um hier etwas zu kaufen. Und hier. Da weg. Da weg. Da weg. Da weg. Da weg. Da weg. Oh Mann. Meine Waffe ist doch scheiße. Blöden Scheißfiecher. Oh, ist schon angenehmer hier auf dem freien Feld. Oh, 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 oh. Muss man schon mal zukünftigen. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir wieder den Machine Gun. Aber Moment, wir können uns jetzt erstmal mit B. Oh, oh, oh yeah. Hu. So. Aber wir werden natürlich mal ganz kurz das noch mit einsetzen. Und vielleicht sogar noch... Machen wir noch das mit. Bup. Oh, jetzt. So, Schild. Super. Super. Können wir uns jetzt schon was Besseres kaufen? Nein. Oh ja. Guck mal, Schweine. Guck mal an, ihr Drecksäcker. So, wenn wir das so kurbzackt, dann hat man dann noch mehr Kurets. Und noch mal. Hilfe. Da sind euch gleich, ihr Schweine. Oh, eh. Oh, jetzt hab ich ausgesehen. Nein, ich hab doch... Ah, falsche Tasche gepackt. Verdammt. Kann man bei den Dosen anderen mal eine richtige Tasche trinken? Ja, alles klar. Stimpeck ist Heilung. Ah, das klappt. Kann ich denn jetzt... Scheiß Plasma-Pistole, will ich nicht. Will ich nicht. Also stellen wir hier mit drei, stellen wir jetzt mal auf, nicht? Oh, wir haben sogar noch mit eins. Aber... Noch ein kleines Schild. Ein kleines Schild. Oh, die schießen rein, die Drecksäcker. Die sind zuerst abklein. Oh yeah. Oh, 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 oh. immt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Öh. Oh, kann man die Pistole noch um? Schrotflinter. Weiß nicht. Oh, 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 oh. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Uh. Oh, was ist das denn? Alter, verpiss dich. Äh, eh. Was schickst du denn auf mich los hier? Boah, wenn das Schild jetzt alles geht, ich bin so im Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, jetzt hab ich mich selber wieder gesprengt. Boah, Alter. Also irgendwann kommst du da nicht mal weiter ohne Kumpels, ne? Also, ja, ist ganz lustig, muss ich sagen. Ist echt ganz lustig. Und wenn du da jetzt hier noch mit irgendwelchen Leuten hier noch schön zocken kannst. Das, äh, ja, für nebenbei mal so ein bisschen. Ich hoffe natürlich, dass hier noch ein paar Maps dazukommen. Ist ja noch Early Access. Und ja, mal gucken, vielleicht spielt es ja mal jemand mit. Weil so aus Geigelei nebenbei. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ja, aber ich würde sagen, äh, ja, auf jeden Fall ganz lustig. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Angezockt oder Let's Play oder sonst irgendwas. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis denn. Tschüss.